So, hallo liebe YouTube-Freunde, willkommen auf dem Mittelaltermarkt zu Laibheim. Hier wird Tanz geboten. Auf jeden Fall werden die Fahrerwesen, aber die Uhrwesen, die Freizeitern angekommen sind. Die Daten nach der Elemente und durch die Leidenschaft. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, das ist so auf mich halter. Achso. So, hallo, liebe YouTube-Freunde, ich bin's, euer Jürgen Braun. Ich bin heute auf dem mittelalterlichen Markt zu Leipheim. Das ist ein kleiner Markt, aber ein sehr schöner Markt. Ich genieße gerade das Lagerfeuer, ein bisschen zu nahe. Und, ja, gut, das Wetter ist jetzt zwar nicht so schön, aber wir haben Musik, wir haben Spaß und alles ist okay. Alles klar. Gut. Das war's schon. Und jetzt mach ich Stopp.